hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge coral island was müssen wir eigentlich tun wieder ein bisschen her dass ich gespielt habe dementsprechend habe ich wieder keine ahnung wo wir sind was wir machen müssen haben wir eigentlich schon alle jahre wir haben alles angepflanzt richtig richtig ich brauche eine erbse für ling anscheinend wir müssen irgendwann mal so ein fass leer machen weil da kann butter rein deswegen fülle ich die jetzt alle erst mal wieder auf und dann können wir die abgeben und dann haben wir butter gott ja guck mal 34 haben wir jetzt ist doch ein nice das kann man verkaufen denn wir müssen ja mutter bei der königin prinzessin göttin abgeben das sollten wir mal tun und die sind fertig ich habe da glaube ich die die ich brauche brauche ich nicht schnee glöckchen aus dem jungen herstellungslabor schnee glöckchen lila jawohl seltene feld brucht entschuldigung ich doch mal die ganze sache mein finger an die das mikrofon dann ich kippe stelle schnee glöckchen ab nicht dass ich es vergesse ich kann die steuerung nicht mehr seltene feldfrüchte baumwolle bin ich gerade dran und den anderen habe ich die ganze rezepte noch nicht ach so muss ich durchstreichen habe ich denn ja ich habe einen schnee glöckchen lila wunderbar was plant sich denn jetzt sonst an ich brauche schnee glöckchen kaffee knoblauch baumwolle ich habe nichts davon aber die schnee glöckchen kann ich mit groß verkaufen ich habe schnee glöckchen vergessen ich gehe jetzt erst mal zu meinen tieren bevor ich jetzt weiter trüffel und die feder hier trüffel muss ich anbieten die feder muss ich nicht anbieten ich habe so viele andere spiele gespielt in letzter zeit jetzt kann ich die steuerung nicht mehr ein doch kleine schweinchen bitte deine milch auch bitte einmal aus tier rolle so damit haben wir euch fertig dann kann ich euch raus lassen ding 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 jetzt werde ich schon sagen kriege ich von denen nicht auch was neues aber ja ich kriege von den die hauen feder ich weiß gar nicht wo ich den trüffel abgeben muss muss auch noch ein trüffelöl machen muss wahrscheinlich auch ins fass geben glas ach nee weißes trüffelöl schwarzer trüffel ach tschuldigung moment moment ihr dürft natürlich auch raus ach nee scheiße warte mal tschuldigung meine einzige meine eigene reihenfolge versaut sehtempel den schwarzen trüffel abgeben war das hier ne zugriff auf savanne frei was krieg ich denn noch so warum ach das ist eine große feder das krieg ich hier wo ob sie sehen sie sehen weil ich was das grabungs städte als ausgewächs das habe ich schon ja ich muss endlich mal bäume anbauen wäre vielleicht mal ganz klug ach so ich muss den trüffel auch weg streichen ach so ich brauche die fünf ach so nicht fettfrüchte dafür bräuchte ich dünger da war ich osmium seetan gehen wir noch mal runter aber ich gucke auch mal nach diesem ich gucke jetzt nach diesem scheiß seestern warte mal wir haben doch bestimmt wie heißt dieser blöde sonnenblumen seestern handy hilf mir mal mit meinem wiki ähm corral island wiki ich nehme auch gern was heißt denn seestern auf englisch echo was heißt seestern auf englisch seestern auf englisch heißt starfish 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 ich hätte jetzt bis ist das brissingida starfish das ist den den ich brauche ne ne das ist ja nicht ich brauche den anderen wakku schön crown of thorns starfish heißt er so ne ich brauche den sonnenblumen red oder kommen starfish ist der im und ich gehe mal zum altar sorry dass ich jetzt da gerade wieder gucke aber was sind die hier ne night insect ocean das sunflower seastar den brauche ich wo kriege ich den denn springen und sommer 50 zu 60 meter 50 zu 60 meter 50 zu 60 war da hier ne absolut nicht ich muss noch weiter runter und zonnene zone eins jetzt bin ich zu weit unten hier kriege ich den nicht ein scheiß ernst echt jetzt wirklich ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll muss ich muss ich sagen wie oft ich hier unten war und den nicht gefunden haben dann gucke ich einmal nach scheißspiel gibt es ja nicht Miststück echt aber gut wir haben ihn wir bräuchten theoretisch noch ein zweites mal damit wir ihn abgeben können auch im museum leck mich fett als wenn ach das spiel verkackert mich doch das macht es doch mit absicht oder ich meine warte immer dabei als wir hier unten waren so ein scheißspiel wirklich es verarscht mich von vorne bis hinten wenigstens kriegen wir noch ein paar aus dem museum seetang kommen wir da jetzt zwei über den weg gelaufen pack's nicht aber damit haben wir die ozeantierchen auch schon fertig das ist doch schön wie viel habe ich denn gekriegt schon 30 sind erst drei essenzen ich brauche fünf also bei minus 50 davon die habe ich gerade durchgeruckelt darin sind bestimmt noch seetang ich komme noch nicht so ganz auf diese seestell drauf klar ja man aber glaube ich gar nicht aber ich war halt echt ultra fleißig ich habe meine duschwand verschönert mit diesen mit diesen blumenmatten vom ikea und ich habe die holzrahmen an meinen badezimmertüren angefangen weiterhin zu angefangen weiter ja ähm weiterhin gemacht ich habe nur sechs badtüren und dann dreien davon hängt die scheiße jetzt die anderen drei hatte ich dann keinen bock mehr weil mir auch noch holz fehlt und nochmal mehr holz äh ach 57 um meine wand auch noch schön zu machen weil da ist so ein uraltes riesenbild das potten hässlich ist ach leck mich du blöder seestern jetzt verhöhnt er mich ist dein arschkind alter ja komm her du misstvieh verkaufe ich dich auch noch da hast du davon wo bin ich denn also ich kann ja jederzeit den scheiß anker rufen ich wollte grad sagen ich muss ja noch irgendwo wieder zurück damit ich raus beamen kann aber quatsch hier mein anker ich will gar nicht so lange hier unten bleiben um mich mal hier raus ja bitte das was ich wollte habe ich ja jetzt dann können wir einmal zum seetempel machen den sonnenblumen seestern fertig freigeschaltet kriecht hier falle toll danke sonnenblumen seestern nice ja die kriecht hier falle wow ok dann gehen wir noch zum museum ach so ich muss die überschrift auch durchstreichen wir müssen auch noch mal zum vakuum wir sind so kurz davor mit dem weiter anzubundeln wir müssen da drin bleiben ich will da vorankommen so wo ist der denn bist du grad oben mit dem natürlich ist er oben zack ich benutze die viel zu viel ich bin froh dass sich starlet gegen den bau dieses touristen podiums entschieden hat kannst du dir die menschen was du vorstellen es wäre echt schwierig irgendwas produktives zu erledigen der gewisse erinnerungen sind lückenhaft er hat seinen sohn in einem krieg verloren aber das vergisst er oft mache ich mir gleich sorgen um papa ich hoffe soweit kommt es bei ihm nie und weil sie was passiert und ich bin nicht hier dann hoffe ich dass sie die menschen in der stadt um ihn kümmern so wie untergegeben ach und du nicht oder was schenke ich dir danke dass du mich gedacht hast bitte ich denke immer an dich tag und nacht ok ab nach hause genau die gläser ich mache eine damit eine flasche ach ein fast näher damit ich butter machen kann habe ich die glücke tag für ein freund zwei ich habe keine gucke ok z ähm kann ich verkaufen kann ich verkaufen umstellen sonstiges 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 ich brauche glas 1 2 3 4 5 das wird die ganze zeit fertig 1 2 3 4 5 vom rest mache ich mir habe ich guckensamen habe ich guckensamen ne ok ähm essenzien ach ich habe noch fünf scheiße jetzt habe ich die umsonst aus dem fenster geschmissen ja wurscht so ich brauche fünf ospium feldfrüchte weiß ja nicht ob es die gleichen sein müssen oder verschiedene aber ich hoffe mal auf gleiche dann haben wir das nämlich auch ich weiß nicht ob die ob die zählen als ospium feldfrüchte warte ich lege das mal hier hin und die essenzen hier hin die ist angebaut ne so ein moment ich habe hier noch mal was zum verkaufen yes ok ich habe heute mal früher schlafen ich habe noch so viel zu tun es ist der wahnsinn ist der absolute wahnsinn die preisbeer konfitüre ist natürlich nice die 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 die